Hi, ich bin Lucie, ich studiere Medizin in Aachen im fünften Jahr und habe von KampfoMedics erfahren, indem ich im Internet nach einer Möglichkeit gesucht habe, ein Praktikum in Kamerun oder eine Formulatur in Kamerun zu machen. Und das hat mir KampfoMedics dann auch ermöglicht. Im Januar, Februar war ich für zwei Wochen in der Klinik Better Health bei Dr. Ivo AC und hatte die Möglichkeit, dort wirklich sehr viel zu lernen, ganz viel beispielsweise eben die körperliche Untersuchung nochmal zu üben, aber auch sehr viel über die Symptome und die Behandlung von Malaria zu lernen. Insgesamt hat mir dieser Austausch sehr viel gebracht und ich bin wirklich sehr dankbar für diese Möglichkeit und würde ein Praktikum bei KampfoMedics oder über KampfoMedics jedem und jeder empfehlen. Und genau, vielen Dank noch einmal dafür, für diese Möglichkeit. Danke schön.